Da kommt der Goblinangriff. Tag 5. Wir haben noch keinen Barrel gefunden. Wir werden wieder von Goblins bedrängt, die überall sind, weil... Guckt. Da rennen drei Goblins hinterher und was will sie machen? Sie will Heiltränke kaufen gehen. Anstatt dass sie sich erstmal um die Goblins kümmern, die zu schwach für sie sind eigentlich. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Market Day ausrufen. Bei allem voran brauche ich jetzt eine Wizard-Gilde. Gut, die Goblins haben wir abgewehrt. Diesmal ohne größere Probleme, weil man unsere Solaris nicht ganz so dumm war, wie sie sonst ist. Sie spielen mit Feuer. Tax collector. Hold your majesty. Your majesty, a new building is complete. So, du ziehst dich zurück, weil ich will noch nicht, dass du einen Barrel kaputt machst. Mehr gold, your majesty. Mehr gold, your majesty. Ranger-Gilde. Ranger-Gilde. Na, guck mal. Bis jetzt habe ich kein einziges Barrel zerstört und ich habe noch keine Golem-Armee vor meiner Haustüre. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Your majesty. Your majesty. Your majesty. A new building is complete. Weißt du, was ich habe, ist auch mein Drache. Um den sich unsere Solari mal wieder nicht kümmern will, weil sie irgendwo anders ist. Ja, sie verpisst sich in ein Gazebo, weil der Drache eben ein Drache ist. I serve with pleasure. In the name of the sovereign. Oh. Ich frage mich echt, wie ich die Mission, in der es zig Drachen gab, geschafft habe, wenn alle Helden, die so ein hohes Level haben, von einem einzigen Drachen sind. Ich frage mich aus. Your highness. Our research in the library is complete. Energy of light. Your majesty. Your majesty. Our royal treasury is nearly empty. Going home. Genau. Wir haben jetzt keinen Helden gerade draußen. Oh. At verstehen. The olacak a new pathway. You serve with the power here. Say so. Our layer is complete. More gold, your majesty. Jetzt sind gleich wieder 10 Tage rum. Wir haben wieder kein einziges Barrel. Naja, getötet ist gerade noch egal, aber wir finden halt keine neuen, weil meine Leute irgendwo sind, aber die haben immer Kommo. Du verpiss dich nicht von Unwelcome Gast. Der ist ein bisschen weit weg, aber ist egal. Ah, sie haben da oben das Ding abgerissen, gut. Ich hab nix gesagt, es macht uns dann doch noch ein Golem Probleme. Wie sind die MF? Energie, unsere neue Gebäude ist complete. Ihr Hines, unsere Forschung in der Library ist complete. Your Highness, the Elves wish to join our prosperous kingdom. Majesty, the local blacksmith offers new services. Sovereign, your marketplace now serves you better. In the name of the Sovereign. Tax collector. Meine Level 3 Wachen sind mutiger als meine Level 10 Helden. More gold, your majesty. Das, obwohl meine Wachen eigentlich Pussys sind. Sovereign, your marketplace now serves you better. Wo ist, da ist sie. Warum, warum seid ihr zu Hause oder sonst wo aber nicht verkunden? Warum töte dir den nicht? Ich helfe. Ich helfe. Ich helfe. Ich helfe. Gold, your majesty. Gold, your majesty. Gold, your majesty. Tax collector. Wo ist die Warmiere-Gelde? Da ist die Warmiere-Gelde. Tax collector. Und die Warmiere-Gelde? Und die Warmiere-Gelde. Und die Warmiere-Gelde. In the name of the Sovereign. Sovereign! A building has been upgraded. Warum prachtet der sich hin zur Helle? Your majesty. A new building is complete. Majesty. The local blacksmith offers new services. Oh, tough fight. Oh, your majesty. In the name of the Sovereign. Du fliehst. Warte. Fließt du? Es ist ein, ein, ein einzelner Golem. Und die rennt voll weg. Sovereign, your marketplace now serves you better. Sovereign, a building has been upgraded. Sovereign, a building has been upgraded. Ganz ehrlich, diese Mission ist unmöglich. Sie ist einfach unmöglich, weil meine Helden machen irgendeinen Scheiß. Sie haben keinen Bock, irgendwas richtig zu machen. Sie rennen vor billigen Gegnern weg, denen sie eigentlich total überlegen sind. Oder sie hocken in ihren Scheiß-Gelden rum und bewegen sich nicht. Ich will ehrlich wissen, wie man diese Mission gewinnen soll. Doros has spared you, for now. In the name of the Sovereign. Oh, danke, dass ihr es endlich geschafft habt. Was anderes hast du auch nicht verdient, du Idiot. Guckt euch das hier mal an. Ohne ihre Zauber kriegt sie hier nichts zu tun. Ich habe jetzt schon Bock, wieder neu zu starten. Also ganz ehrlich, wenn mir die Trolle jetzt den Marktplatz zerschlagen, dann schmeiße ich hin. Und dann schmeiße ich hin. Ich hätte gleich neu gestartet, hätten sie mir den Marktplatz zu hauen. Wenn die Tränen, dann schmeiße ich hin. Ja, das ist ein Spiel. Äh, meine Dain-Mobile steht noch. Ach weh! Oh, wir haben einen Ancient Pyro gefunden! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR